Heiß, heißer Sommer 2019 und in diesem Sinne herzlich willkommen zum Wetterupdate. Ja, es wird richtig heiß. 30 Grad, 35 Grad bis zu 40 Grad erwarten uns diese Woche. Und wenn Sie bisher schon geschwitzt haben, schauen wir uns mal an, was da die Meteorologen sagen, liebe Zuschauer, denn es wird noch heißer. Heißester Juni in der Geschichte. Hitzehorror rollt über Deutschland, liebe Zuschauer. Heiße Sahara-Luft ist auf dem Weg nach Deutschland. Bis zum Mittwoch, liebe Zuschauer, steigen die Werte hier auf bis zu 40 Grad oder mehr. Deshalb möchten wir, dass Sie sich rüsten und das mit Abkühlung. Hitze, liebe Zuschauer, ist nicht nur unerträglich. Hitze ist vor allem auch für die Gesundheit sehr, sehr bedenklich. Schauen Sie bitte, dass Sie zu Hause eine Abkühlung haben und das in Form eines Verdunstungsluftkühlers. Richtig, Anne? Nicht nur einen habe ich mitgebracht, sondern gleich drei verschiedene Modelle. Und ich habe heute Morgen erst wieder gehört, dass selbst in den Baumärkten jetzt schon die Regale leer sind an Verdunstungsluftkühlern. Wir haben sie noch. Mal schauen, wie lange. Denn auch unsere Verdunstungsluftkühler sind heiß begehrt. Aber was ist das Schöne an Verdunstungsluftkühlern? Ganz einfach. Sie machen eine angenehme Kälte, ohne krank zu machen. Und ich kann sie überall mitnehmen. Selbst auf Balkon, Garten und Terrasse. Und wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das ist unser kleinstes Modell. Das ist natürlich jetzt auch perfekt, um ihn von A nach B zu rollen. Dieses Modell ist auch sehr beliebt für Büroräume. Also wenn Sie sagen, Mensch, ich muss mich doch konzentrieren. Ich muss neun Stunden oder acht Stunden im Büro sitzen. Und ich kann mich bei der Hitze einfach nicht mehr konzentrieren. Schauen Sie, den stellen Sie einfach auf. Dann haben Sie die Möglichkeit, entweder den hier nur als reinen Ventilator zu nutzen. Mit drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Oder aber, und da kommen wir jetzt hier zu einer wunderbaren Funktion, nämlich hier der Wasserverdunstung. Und damit erzeugen Sie eine angenehme Kälte. Bis zu 5 Grad Celsius kann man hier herunterkühlen. Dank Verdunstungskälte. Sie haben ja gerade diesen kleinen Behälter gesehen. Da füllen Sie ganz einfach Wasser hinein. Dann können Sie da so ein Akkupack mit reinlegen. Müssen Sie aber nicht. Kann man machen. Und dann wird man hier wirklich angenehm erfrischt. Viele glauben das immer gar nicht, dass das gar nicht krank macht, wenn man sich direkt davor setzt. Aber stellen Sie sich das doch mal bitte vor. Sie sind im Urlaub. Ja, es ist super heiß. Tropische 35, 40 Grad. Und was macht man natürlich? Man geht ins Meer, um sich eher zu erfrischen. Und dann kommen Sie raus. Und dann kommt so ein ganz sanfter Windstoß. Und bei mir ist das immer so, zack, sofort Gänsehaut. Ich friere sofort. Ich muss mich dann immer ins Handtuch einkuscheln. Ja, das hält natürlich nur von kurzer Dauer an, solange die Feuchtigkeit noch auf meiner Haut ist. Aber das ist super angenehm in dem Moment. Und das können Sie sich auch hier vorstellen. Das heißt, den könnten Sie sich theoretisch sogar ins Schlafzimmer direkt vor das Bett stellen. Was man ja jetzt mit der Klimaanlage nicht macht. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Ich kann es überall einsetzen, da ich ja keinen Abluftschlauch habe hier an der Rückseite. Es ist super sparsam im Betrieb, ganz anders als bei Klimaanlagen. Und es macht eben nicht krank. Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Vorteil. Also wenn Sie da sehr empfindlich reagieren, zum Beispiel wie bei Klimaanlagen, dann ist das genau das Richtige. Auch super einfach dann in der Handhabung. Schauen Sie, ich habe hier zwei, drei Knöpfe. Damit stelle ich jetzt natürlich die Ventilationsgeschwindigkeit ein. Oder ich sage, ich will sofort Kälte erzeugen. Dann hier ganz einfach mit der Cool-Taste. Das erkennt man hier an diesen kleinen Eiszeichen. Also einfacher kann es doch nicht sein, oder? Und günstiger kann es vor allem auch nicht sein. 56,95 Euro. Und da hat Anne was Schönes gesagt. Vielleicht müssen Sie auch zur Arbeit. Vielleicht haben Sie da auch eine brühende Hitze zum Beispiel. Und sagen, Sie möchten ganz gerne einen leistungsstarken Ventilator haben, der im besten Falle auch noch die Raumluft 4 bis 5 Grad Celsius tatsächlich gefühlt und messbar runterkühlt. Da sind Sie ja gerade bei dem Modell wirklich hier genau richtig. Für 56,95 Euro unter der Bestellnummer Enix 3166 unter 569 zugreifen. Und schwitzen, klebende Haare, ein Kleben auf dem Sofa oder dem Streiptischstuhl. Ganz einfach, ja, Schnee von gestern sein lassen, liebe Zuschauer. Anne, wir füllen da lediglich Leitungswasser ein und stecken ihn in die Steckdose, oder? Ja, das war es, genau. Und dann einfach nur noch hier zum Beispiel, wenn Sie das möchten, in unser Akkupack mit reinlegen. Müssen Sie aber nicht machen. Aber damit erzielt man nochmal eine effektivere Kühlung. Und ich finde, gerade das Modell ist mit so persönlich mein Lieblingsmodell, weil es ist klein, es ist handlich. Du kannst es wirklich überall hinrollen. Ja, man muss es nicht tragen, du kannst es rollen. Dann hat man hier den schönen Tragegriff. Und ich könnte mir das auch gut vorstellen, jetzt auf dem Balkon oder auf der Terrasse, wenn man sich dann zum Beispiel ein bisschen sonnen möchte oder wenn man ein Buch lesen möchte. Ja, einfach die Sonne genießen. Dann stelle ich mir das mit davor. Das kann ich ja bei einer Klimaanlage nicht machen. Wenn die fest installiert ist, dann kann ich die nicht irgendwo mit hintragen. Hier ist das gar kein Problem. Oder Sie sagen einfach, Mensch, ich nehme es mit zur Arbeit, ich nehme es mit ins Wohnzimmer, ich nehme es mit in die Küche, wenn ich kochen muss. Oder ich stelle es mit da auf, zum Beispiel im Gästezimmer, wo ich bügele. Weil das Problem ist, momentan fällt ja wirklich alles sehr, sehr schwer. Und du hast es gesagt, es sollen die Woche noch bis zu 40 Grad werden. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, bei 40 Grad müssen Sie noch den Haushalt schmeißen. Putzen, kochen, Wäsche waschen, bügeln. Und das ist ja, ich finde ja, dieses Nichtsmachen ist ja schon super anstrengend. Einfach nur auf dem Sofa sitzen, da bleibst du ja schon festkleben. Aber hiermit wird der Sommer zum Genuss. Das kann ich Ihnen garantieren. Und bei 56 Euro, ich finde, das sollte es Ihnen die Gesundheit wert sein, oder? Ja, definitiv. Jeder einzelne Cent, liebe Zuschauer. Vor allem das Schöne ist ja, Sie kriegen die Luftkühler direkt nach Hause geliefert, geschickt. Sie müssen sich um nichts kümmern, außer dass Sie heute hier natürlich gleich bestellen. Denn das Kontingent, liebe Zuschauer, das ist sehr, sehr stark begrenzt. Die werden uns momentan aus den Händen gegriffen, weil natürlich auch viele Zuschauer in den vergangenen Jahren schon Luftkühler bestellt haben und jetzt nachordern, was das Zeug hält, weil sie einfach wissen, dass es funktioniert. NX-3166 und die 569 ihre Bestellnummer. Wir haben noch zwei weitere Modelle, die wir Ihnen heute hier zeigen dürfen. Wir sind fast schon in der Riege der Bestseller, liebe Zuschauer. Und kommen jetzt zum zweiten Produkt, wo wir ja nicht nur einen reinen Luftkühler haben, oder? Nee, hier haben wir wirklich nicht nur einen reinen Luftkühler. Das ist übrigens auch das Modell, was im letzten Jahr rucki zucki vergriffen war. Ganz einfach, das ist so ein Alleskönner. Wenn Sie sich jetzt nicht entscheiden können, Luftkühler oder Luftbefeuchter oder aber auch Energiespender im Sinne von ein Ionisator, dann sind Sie hier genau richtig, weil der kann alles. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Wald spazierend. Da ist die Luft nicht nur angenehm kühl, weil es da eben auch schattig ist. Man hat so eine schöne Feuchtigkeit, es ist aber auch sauber. Und dieser Alleskönner, der macht diese Luft wie nach einem schönen Waldspaziergang. Denn, du hast es gesagt, zum einen kühlt der natürlich auch hier wunderbar meine Raumluft dank Wasserverdunstung. Auch hier wieder gleiches Prinzip. Sie füllen einfach hier in diesen kleinen Behälter ein bisschen Wasser ein. Das kann ganz normales Leitungswasser sein. Dann kommt das hier rein und dann wird Ihre Raumluft ganz angenehm heruntergekühlt, bis zu 5, also die Raumluft um 5 Grad nochmal vermindert. Dann kann ich aber das Ganze hier auch als Ionisator benutzen. Und dafür schalten Sie bitte dieses kleine Knöpfchen mit dem Tannenbaum-Symbol ein. Und das ist wirklich eine Wohltat. Ionisation, das kennen Sie vielleicht. Da gibt es ganz viele wunderbare Geräte, die reichern Ihre Raumluft mit wertvollen Anionen an. Nehmen aber auch Gerüche auf. Und das ist jetzt gerade wichtig für den Sommer, wenn man mal so ein bisschen zu Schweißgeruch neigt oder wenn man zu viel gekocht hat mit Knoblauch oder vielleicht der Hund in der Wohnung. Das heißt, hier werden nicht nur Bakterien und Schadstoffe herausgefiltert, sondern die Raumluft wird einfach angenehm auch vom Geruch her. Und dann natürlich noch die Luftbefeuchtungsfunktion. Die ist auch richtig klasse. Da schalten Sie dann hier die Feuchtigkeitsfunktion einfach zu. Und das auch hier wieder mit einem ganz natürlichen Prinzip. Sie können es auf den Balkon stellen, auf die Terrasse. Und was jetzt auch hier noch neu dazugekommen ist. Wir hatten ja auch die einigen Male schon das Thema Schlafzimmer angesprochen. Wenn Sie einmal schlafen, ja, zum Beispiel es ist viel zu warm im Schlafzimmer, dann stellen Sie den bitte ein und stellen aber auch gleichzeitig noch die Timer-Funktion mit dazu. Das heißt, wenn Sie dann einmal schlafen, schaltet er sich automatisch aus. Entweder wahlweise nach einer halben Stunde, nach einer Stunde, nach zwei Stunden oder vier Stunden. Das heißt, ich muss gar nicht mehr aufstehen. Auch im Wohnzimmer, wenn ich jetzt zum Beispiel Fernsehen schaue, habe ich hier natürlich noch die praktische Fernbedienung. Da kann ich den dann direkt vom Sofa aus ganz bequem einstellen. Also praktischer kann es nicht sein. Und wie gesagt, wenn ich den dann irgendwo anders stehen haben möchte, dann rolle ich den ganz einfach wie meinen Einkaufswagen. Also das wundert mich nicht, dass der im letzten Jahr sofort ausverkauft war. Und auch in diesem, ja, liebe Zuschauer, sehr, sehr schnell vergriffen sein wird. Deshalb hier bitte gleich zugreifen. Wir sehen es. Schlaflose Nächte, eine Hitze, die über die Fenster sich über den Tag aufgestaut hat in ihren Schlafräumen. Kein Windlein mehr, das weht bei 40 Grad oder sogar mehr als 40 Grad. Und dann kommt ihre Erlösung. Der Verdunstungsluftkühler, der die Luft nicht nur reinigt, sondern auch zirkulieren lässt. Endlich mal wieder durchatmen. Endlich wieder ein leichtes Windchen, das dank der Ventilation durch ihre Schlafräume geht. Und dann über die Verdunstungsluftkühlung noch vier bis fünf Grad tatsächlichen Temperaturunterschied. Sie schlafen wie ein Baby. Sie wachen auf und sind erholt. Und das ist wichtig, dass Sie Ihrem Körper natürlich auch hier die Erholung und die Regeneration über die Nacht geben. Denn die Tage sind anstrengend genug bei 40 Grad. Unser Körper muss selbst mit den Temperaturen erst mal zurechtkommen. Und Sie spüren das Tag für Tag. Vielleicht stehen Sie vom Sofa aus oder auch vom Bettchen und merken, dass Sie zum Beispiel mit dem Kreislauf erst mal ein, zwei Sekunden innehalten müssen. Oder Sie merken einfach, dass Ihr gesamter Gemütszustand richtig träge wird durch die Hitze. Dann ist das alles ein Signal des Körpers an Sie, dass Sie doch bitte für Luftzirkulation, für eine gereinigte Luft und vor allem für eine gekühlte Luft sorgen. Und das machen Sie hier mit der Bestellnummer NX 7575 und der 569 für 82,60 Euro. Super günstig und super effektiv. Das stimmt. Also nicht nur die Baumärkte sind momentan überfüllt und auch unser Callcenter ist überfüllt, weil alle diese Luftkühler wollen, sondern auch leider die Arztpraxen. Und das bestätigt das, was Vivian gerade gesagt hat, dass es wirklich so ist, dass die Leute bei diesem Wetter einfach höllische Kreislaufprobleme haben. Da muss man wirklich extrem aufpassen. Wenn einem im Winter empfohlen wurde, man soll zwei Liter trinken, dann sind das jetzt mindestens drei, vier Liter. Aber trink mal vier Liter am Tag. Wer schafft das schon? Das heißt, wenn man nicht genug trinkt, bekommt man Kreislaufprobleme. Einen wird schwindelig. Also da ist es natürlich wichtig. Oder Sie genießen den Sommer in vollen Zügen hier mit unserem 3 in 1 Luftkühler, Luftbefeuchter und Ionisator. Und das ja auch für fantastisch kleines Geld. Ja, für 82,60 Euro, das ist wirklich spitze, liebe Zuschauer. Die Bestellnummer, die lautet hier NX 7575 und die 569. Und Sie sehen es, die unverbindliche Preisempfehlung wird Ihnen immer angezeigt, aber durchgestrichen, denn Sie sparen über 50 Prozent zur UVP. 82,60 Euro, der finale TV-Sonderpreis, den wir Ihnen heute hier in dieser Sendung noch anbieten dürfen. Und warum, liebe Zuschauer, warum sollten Sie den heute, und das machen Sie ja clevererweise, danke schön für Ihr Vertrauen, warum bestellen Sie den heute jetzt und hier? Und alle Zuschauer, die das gemacht haben, sind super clever, Sie haben alles richtig gemacht. Warum? Weil natürlich jetzt die Hitzeperiode kommt. Wir haben Juni. Diese Woche wird schon so heiß. Zwei bis drei Tage dauert es noch, dann ist er bei Ihnen. Deshalb hier jetzt bitte bestellen. Alles andere ist doch ein Leid, dass Sie sich nicht antun müssen. Jetzt haben wir aber noch einen Dritten im Bunde und der ist auch super, super begehrt bei Ihnen, liebe Zuschauer. Und da fliegen schon die Haare. Schauen wir kurz auf die Wetterkarte, denn es wird heiß. Ja, liebe Zuschauer, wir sehen die Wetterkarte hier bei Köln 40 Grad, Frankfurt 39 Grad. Alles Temperaturen um die 40 Grad. Und wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich auch bei kachelmannwetter.com für die freundliche Genehmigung. Da sehen wir es nochmal unten eingeblendet. Und Anne, das sind Temperaturen, die hält man doch anders gar nicht mehr auf. Nee, also da muss man nicht irgendwie krank sein oder ein gewisses Alter haben. Bei Temperaturen von 40 Grad, überlegen Sie mal, das erreichen nicht mal mehr die tropischen Urlaubsziele. Das ist Wahnsinn. Und vor allen Dingen, man kann nicht den ganzen Tag im Meer liegen. Man ist zu Hause. Ja, dann wohnt man vielleicht noch irgendwo im Dachgeschoss, vierte, fünfte Etage vielleicht auch. Oder muss eben zur Arbeit. Das hat für mich nichts mehr damit zu tun, dass der Sommer, dass man den genießen kann. Sondern das ist wirklich schon fast Folter 40 Grad. Aber hier kommt die Lösung, das magische Zauberwort, unser Verdunstungsluftkühler. Und der funktioniert jetzt auch hier wie unser Vorgängermodell. Was übrigens auch jetzt schon wieder ganz stark nachgefragt ist. Das Callcenter ist ein wenig überlastet. Sollten Sie nicht gleich durchkommen, bitte bringen Sie ein paar Minütchen Geduld mit. Es lohnt sich. Aber der hier, da haben wir natürlich im Design nochmal ein Puncto nachgelegt. Weil viele sagen dann auch, Mensch, wenn ich mir jetzt schon sowas leiste, dann will ich einen, den ich immer überall rumtragen und rollen kann. Und einen will ich fest installiert haben, den will ich feststehen haben. Zum Beispiel im Wohnzimmer. Und den kann man auch direkt an die Wand stellen. Weil der hat jetzt ganz neu nicht die Waben hier hinten. Ja, das heißt, den können Sie auch direkt an die Wand stellen. Das schließt dann schön mit der Wand ab. Sieht super schick aus. Schauen Sie hier ganz flach in der Bauweise direkt an die Wandrand stellen. Nämlich hier sind die Wabentechnologie an der Seite verbaut. So, jetzt drehe ich es wieder zu dir. Wie, war schon ganz böse, als ich es weggedreht habe. Aber das ist ja auch dieses Phänomen. Man kann sich hier direkt davor setzen, ohne krank zu werden. Machen Sie das bitte nicht mit einer Klimaanlage. Mit dem Modell können Sie das schon. Sieht super schick aus und hat natürlich auch wieder tolle, tolle Funktionen. Man kann den natürlich auch hier wieder gerne im Schlafzimmer aufstellen. Wenn Sie nicht schlafen können, wenn Sie sich von links nach rechts wälzen müssen, weil es einfach viel zu drückend ist, viel zu heiß ist. Jetzt ist das ja auch teilweise so, wenn du dann in der Nacht irgendwann das Fenster aufmachst, da kommt ja auch keine frische Luft mehr rein. Es ist ja nur noch so drückende Schwüle und das wird noch schlimmer. Wenn Sie sich vielleicht an letztes Jahr erinnern können, da gab es Nächte, da sind die Temperaturen nicht unter 20 Grad heruntergekühlt. Und das wird dieses Jahr vielleicht sogar noch schlimmer werden. Und da brauchst du sowas. Der ist leise. Wir haben hier natürlich auch noch einen Schlafmodus integriert, damit der auch besonders leise ist, damit Sie schlafen können. Auch hier wieder der tolle Ionisator, liebe Zuschauer. Ja, damit Sie nicht nur kühle Luft einatmen, sondern auch frische und gereinigte Luft. Ganz, ganz wichtig. Falls Sie auch Allergiker sind, ist das hier perfekt. Also gerade so Staub oder zum Beispiel auch Pollen ist der perfekt dafür geeignet. Und er hat wirklich eine enorme Power. Und das Ganze natürlich dann auch wieder steuerbar mit der Fernbedienung. Die bekommen Sie auch noch gratis mit dazu. Was will man mehr? Gerade wenn Sie Kinder haben und vielleicht eine Klimaanlage zu Hause. Sagen Sie mal einem Kind, gehe aber nicht direkt vor die Klimaanlage. Ist schwierig. Hier gar kein Problem. Direkt aufstellen, egal wo Sie wollen. Sogar im Garten, sogar auf der Terrasse, sogar auf dem Balkon. Überall, wo Sie den gerne haben möchten, wo Sie die Bedürfnisse danach haben. Stellen Sie den auf und werden nicht krank. Und der Stromverbrauch, meine Küchengeräte zu Hause, die brauchen viel, viel mehr. Brauchen wir gar nicht drüber reden, oder? Das sagt Sie so, liebe Zuschauer. Das sagt Sie so. Und recht hat Sie damit. 113,95 Euro. Übrigens auch ein super günstiger Bestellpreis, den Sie heute hier haben. Ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen. Ich muss wirklich auch sagen, wir fliegen die Extensions ins Gesicht. Ich muss wirklich auch sagen, nachdem ich gesehen habe, dass auch Tiere das Prinzip der Verdunstungsluftkühlung anwenden, aber auch lieben, war ich wirklich restauf begeistert. Mein Hündchen, liebe Zuschauer, der legt sich direkt davor. Der spreizt alle Beine von sich. Der legt sich auf den Boden direkt hier in die Ventilation des Verdunstungsluftkühlers. Und Tiere machen einfach nur das, was uns gut tut. Tiere machen das, was sie abkühlt. Und das ist in diesem Fall sich vor den Verdunstungsluftkühler setzen. Und da sollten wir uns ein Beispiel dran nehmen. Wir sollten einfach hier, und das ist ja kein Prinzip, das erst durch Pearl TV entwickelt wurde, sondern das ist wirklich, liebe Zuschauer, ein ganz natürliches Gesetz der Physik, das wir hier anwenden, das zum Kühlen der Raumluft verwendet wird, das nicht nur die Menschen lieben, sondern vor allem natürlich, liebe Zuschauer, auch die Tiere. 113,95 Euro, du hast es gesagt. Schön ist bei dem Modell, dass Sie den natürlich direkt an die Wand stellen können. Schauen Sie, die warme, verunreinigte Luft, die wird hier über die Seiten eingesogen, gereinigt, wenn Sie das wünschen, und dann natürlich auch um 4 bis 5 Grad Celsius gekühlt und ventiliert und zirkuliert wieder an sie abgegeben. Und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz hervorragendes, tolles Ergebnis. Aber das macht auch richtig Spaß. Heute Morgen, wir kamen schon wieder ins Büro und haben gesagt, boah, wir schwitzen jetzt schon. Und jetzt haben wir unsere Luftkühler und es geht uns endlich wieder gut. Und ich bin wirklich jemand, ich reagiere sofort, wenn ich irgendwo im Hotel eine Klimaanlage habe. Aber hier, ich liebe unsere Luftkühler. Es ist ganz natürlich dieses Prinzip, dank Wasserverdunstung können wir endlich den Sommer in vollen Zügen genießen. Und das Beste, die sind noch verfügbar und jetzt auch endlich bezahlbar. Vergessen Sie die Baumärkte, die jetzt noch mal draufschlagen. Jetzt werden wir heruntergekühlt und das wirklich mit einer ganz angenehmen Frische. Ich bin begeistert. Was schaust du mich denn hier so an? NX 1308 und die 569. Viele Zuschauer haben bereits bestellt. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Sie werden ihn lieben, sie werden ihn ehren und sie werden vor allem noch viele, viele weitere bestellen. Das können wir Ihnen sprechen. Das ist ein bisschen, als würdest du den heiraten wollen. Sie werden ihn lieben und ehren. Das machen wir. Bis dass der Tod uns scheidet. Wenn Sie mir noch einen übrig lassen, liebe Zuschauer, dann definitiv. Also gehen Sie in die Leitung, rufen Sie an und sichern Sie sich. Ihnen gehören natürlich exklusiv hier die Stückzahlen, liebe Zuschauer. Wenn Sie mir einen übrig lassen, dann nehme ich auch einen. Also gleich in die Leitung gehen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.